Na los Na Na Warum gehen die Schranken nicht zu? Los Das war ja wirklich professionell Meine Fresse War so klar Wieso dreht der in die Richtung? Das ist Morello Okay Und das ist eine episch schwere Verfolgungsjagd Ich weiß nicht ob ich sie packen werde Aber endlich kann ich wieder labern hier in Ruhe Die erstmal sind die sauschnell Ich hab diesen Scheißwagen abbekommen Warum auch immer Mein Ziel ist zwar gehighlighted Aber ich muss einfach dranbleiben Weil die auch unheimlich schnell sind Ist das gar nicht so einfach Und dann muss ich auch noch auf die Bullerei achten Die da auch schon wieder fährt So jetzt Nun Ich weiß ich wusste glaube ich Die ganze Weile folgen Oh Gott Und ich hoffe dass es einfach ein paar mal hängen bleibt Was ich immer nicht geschafft hab war Über die Brücke Was ist los jung Ich muss euch hier hinterher fahren Also ist jetzt zu Das ist auch dumm Ich würde die am liebsten einfach umkippen Aber ich muss die einfach verfolgen Um zu wissen wo sie hinfahren Bestell einfach das nächste Mal zu machen Nein Ich verliere die Mission Wenn ich sie verliere Ja genau du Penner Ja genau Genau Da vorne sind sie Die werden natürlich nicht aufgehalten Von so Spastika Ich sehe sie noch gerade so Komm 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 Gib Gummi Ach ich hab ja auch Beschleunigungsding drin hier Scheiße Aber vielleicht ist es auch ganz gut gewesen So Hauptsache ich treffe jetzt keine Polizei Da hab ich nämlich gar keine Böcke drauf Die würden mir das nämlich alle versagen Ja genau So was ist los Was ist mit euch Mein Gott Vorsicht Okay Und rechts rum Und da kommt einer Nein kommt nicht Schön Gucken mal sie mit euch hin Das hab ich damals noch nie so weit geschafft glaube ich Dabei war ich aufgegeben Dass es einfach so episch schwer war Weil die einfach so unheimlich schnell weggezogen sind Aber diesmal machen sie schön Fehler Das gefällt mir irgendwie gut Irgendwie ist sowieso irgendwas an dem Spiel anders Als ich es damals in Erinnerung hab Die ganzen Verfolgungsjagden Die lutsche ich einfach mal runter Also vor allem wenn ich flüchten muss Außer gut die in der ersten Mission nicht Aber Ja vor allem die Deppen Guck mal die hüpfen hier immer Ich weiß auch nicht warum die das tun Aber das tun die dauernd Das haben nicht letztes Mal Das wollte ich schon aufnehmen Aber dann haben sie wieder aufgehört Als in dem Moment wo ich aufnehmen Und die Taste drücken wollte Ja klar Ja klar Genau Also ich weiß nicht Weil ich mir Polizei jetzt leisten kann Toll Schön Was ist Holst du hin Sa ran Fahr Fahr Komm vielleicht bin ich so gleich los Genau Genau Jetzt hab ich so verloren oder Nein komm Gas 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 Wo wollt ihr hin Na viel weiter geht's ja nicht mehr Aber ich bin die Polizei los Wie geil ist denn das Ich hoffe nur Dass ich jetzt nicht auf den Weg noch welche treffe Ja genau Ja genau Und von vorne kommt auch noch die Polizei Okay hab's geschafft Oh geil Beim ersten Mal Ja ich hab keine Waffen dabei Port of Lost Heaven Hey Was glotzt du so Leg den Typen hinter mir um Ach jetzt hast du auf einmal ne Waffe Die Mission Diese scheiße Mission Okay Komm da raus du Bastard Okay Die spiele ich jetzt so ganz kurz an Damit ihr kurz seht was hier auf euch zukommt So Ja ich hab auch schon richtig Schlepptert Schaden genommen Das ist schon mal schlecht Wow da hinten ist noch einer Und der Shotgun Na klar Die Mission ist nämlich episch lang Ich erzähl gleich was dazu Ich will jetzt noch kurz Ruhe haben Ja genau Stirb Thompson Danke Okay Also diese Mission Ist meine Hassmission Weil Die geht hier in den Docks lang Ja Und irgendwo versteckt er sich Und da ist hinten So ein kleines Häuschen Und dieses Spiel ist sauhart Weil hier unendlich viele Gegner kommen Ich kann ja mal ein bisschen rumlaufen Also wenn ich mich recht entsinne zumindest Sind ja einfach sauviele Leute Ja genau Jetzt kommt es auch noch mit Autos Ja genau Ja ich wollte es jetzt eigentlich nicht mehr spielen Okay Auf jeden Fall kommen hier ganz ganz viele Gegner Und die dann alle auch noch zu schaffen Und äh Auch noch äh Vor allem mit Shotguns Ihr wisst ja wie das mit den Shotguns läuft Ne Ein Schuss tot Zumindest wenn die Deppen mal treffen würden Die Deppen stellen sich hier nämlich gar ein bisschen glatt an Naja auf jeden Fall musste ich bis hinten durch Und da ist ein kleines Häuschen Und als ich da reingegangen bin Hab ich einfach mal BAM Ging die Tür aufgemacht Und hab gedacht Hey cool Und dann war ich tot Das war sauschön Guck mal da oben steht auch noch einer Und da ist 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 noch einer Ach scheiße Ich probiere es jetzt einfach Jetzt bin ich schon so weit gekommen Ach Gott Nee Ist das jetzt schlau hier durchzugehen Wenn ich verliere Hör ich aber auf Ich glaube nicht Dass ich diese Mission An der ich das Wo ich am weitesten war Hallo Ja jetzt hat er Irgendwie ein Lecker Schön Wieder da Wow Gescheitert bin Dass ich gerade dieses Mal Diese Was Das war ein normaler Zivilist Oder was Ja schön Ich hab keine Muni mehr Noch jemand ohne Fahrschein Oder ohne Kugel im Kopf Und ich muss den hier finden Ja genau Wie soll ich jetzt die Leute unterscheiden Die hier irgendwie Gegner sind Und die die nicht sind Boah Auf den Boden Auf den Boden Auf den Boden hab ich gesagt Nee mach ich jetzt nicht Potimini Ähm Okay ich spiel das jetzt einfach mal Gucken wir ob ich die jetzt einfach mal Einen Schnelldurchlauf schaffe Ich geh jetzt einfach mal voll aggressiv An die Sache ran Ich drehe einfach mal hier voll durch Aber ich glaube ich muss da ganz hinten Ähm Ja Und nu Glaub ich Das war das Guck da hinten ist noch Ja genau Ja das sind gleich drei Toll Und ich hab noch 14 Äh Schuss Okay Kannst du vielleicht mal umfallen Hallo Du bist tot Schön Was ist denn da noch Da steht einer an der Wand Aber da ist einer hier gebückt Das ist keiner oder Ja genau Keine Muni mehr Ist der tot Der ist tot Okay was ist mit dir Bist nur ein Arbeiter oder Okay ja Und du hast nur so eine scheiß Waffe Ich will nur Tommy oder Sonst nehme ich lieber eine Pistole Okay Okay Ich hab jetzt hier ganz viel Einfach weggelassen Was Geht's hier wieder raus Hm Schön Okay nehmen wir mal den Buggy Bolt Ace Pickup Einfach nur Ob ich die Karte sehen kann Ne ich kann keine Karte sehen Auch im Auto nicht Schön Die Karte kann man ja sonst nur im Auto sehen Oder Also auf jeden Fall kann man hier kein Auto sehen Ah Jetzt spiel ich das ja doch noch Ja genau Diese Dreckshütte war das Das ist der Der hab ich mich vorgekämpft Aber wirklich ich hab alles mitgenommen Ich hab einfach alles erkundet Weil ich wissen wollte wo was ist hier Und dann bin ich da rein Hab die Tür aufgemacht Da stand da direkt einer mit der Shotgun Und schießt mich erstmal direkt über den Haufen Das fand ich so gemein von dem Wo 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 Da Jetzt muss ich auch grad nachladen Scheiße Du asozialer Oder war das der Arsch Der mich damals über den Haufen geschossen hat Der Wichser Der dreckige Wichser Habt ihr den gesehen Dieses Schwein Steht der da einfach hinterm Fenster Und knallt mich ab Okay dann war das noch nicht mal richtig Wo ich damals war Wo soll ich denn hin Und nun Ich geh jetzt nochmal in das Häuschen da rein Ja natürlich hab ich auch wieder Alle Sachen übersehen garantiert Mit allen 3000 Heilungsmöglichkeiten Die auf dem Weg waren Und ich sie wieder nicht gesehen habe Schön Ja Hier geht's auch raus Ah ja da stehen die wieder Nö Heilung Na Was positives Ich hab ne Heilung entdeckt Aber hier ist irgendwie nicht richtig ne Hier ist irgendwie nix ne So wie ich das sehe ne War für ein Arsch hier wieder die Aktion Ist dieser Wichser Ja erzähl Wo muss ich hin Ach nö War schon wieder Böcke wie Sau Wo hat sich das Schwein verkrochen Ich hätte ja gedacht Auf so nem scheiß Dampfer Das ist wirklich die letzte Mission Die ich gespielt habe in meinem Leben Danach ist alles für mich blind Ich hab auch kein Let's Play geguckt Oder sonst irgendwelchen Scheiß Nein Ich bin völlig blind hier an dieser Sache Toll Ja und ich dachte damals Dass hier was sein muss Dass hier sein muss Was der Typ ist Ja Da hat mich der Typ einfach aus dem Fenster Mit der scheiß Shotgun abgeknallt Wo muss ich hin Bin auf der anderen Seite Genau auf dem anderen Ende der Stage Das musste irgendwie Sinn machen Ich hab die ganzen anderen Reste damals schon erkundet Mach ich jetzt nicht nochmal Verdammt Wo soll ich denn hin Ja und nu Was soll ich machen Ja Okay der schießt immer auf mich Aha Wow So mein Freund Du hast gleich das letzte Mal geknallt Wow Thompson Ne ich hab das letzte Mal geknallt Okay Leute Und weil ich mal so frei bin Mach ich jetzt mal folgendes Steuerung Ne Ne Ich war irgendwann mal andere Aha Ha Und zurück Damit ihr das jetzt endlich mal habt Ich es jetzt schon wieder vergessen hab Okay Leute dann Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns das nächste Mal Wenn ich mich wieder an dieser dreckigen Fickmission probiere Und ich hab euch natürlich sonst ganz doll lieb Und ja Scheiße Tschüss Ne